Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video Mod Vorstellung L17 zu meinem Lieblingsmod und ja wir zeigen euch, ich zeig euch mal die Felge, hm, ja, siehst du, ah jetzt habt ihr es gesehen, ja ein Fan Vario, 9, 3, 9, Vario, ja, was soll man dazu sagen, Hammerteil ist Judas, ja, ähm, wir kommen mal aufs Innere, warte mal, die IC hat er auch, warte mal, opsala, jetzt werde ich auf die Windows-Trasse gekommen, sorry, mag keine Absicht, äh, kann Sitz drehen, Lenkrad vorholen, Tür auf und zu machen, Waren, 3, Gießung, Welt, Animation mit den Bolzen, äh, Luke auf, nochmal, das Waren, 3, äh, Scheibe, aufmachen, alles, ja, wo findet ihr diesen wunderschönen Mod, ich hab den gefunden, auf Mod-Toaster, ich weiß nicht, ob es den noch irgendwo anders gibt, oh, Routentest, hat er bestanden, und ja, dieser wunderschöner Mod ist echt Hammer, ich finde den mega geil, ja, das war eine gigante, eine gigante Drehung, so aber jetzt war polizone fischen immer kurz hin und dann guck mal hier lex lexics vehicles da ist der mord und ja ich denke was an denen so besonders 170 ps ja aber ich guck dir schon mal die ganzen konfigurationssachen an ja bist du bescheuert oder was okay dann die tuning 24 spättern das design design line ausfüllen profi plus die aufklären roto gefällt das und dachbeleuchte und dachbeleuchte und dachbeleuchte und nimmer das flagge so nehmen wir mal das ganze so ok naja das sieht ganz was so schlecht aus hier steht jetzt fendt hier können wir aus hier stehen ja unterwegs im auftab das war gerade hinzulassen diese fahrene haben wir jetzt mal hier okay die nicht weit aber trotzdem schön gemacht diesmal ich werde die euch verlinken im motto ist ich weiß nicht wo es den sozial gibt aber naja auch irgendetwas auch ein bisschen beleuchtet finde ich hammer hammer geil dem mod und ja wenn ich diese kleine machtverschleidung gefallen hat dass ihr einen like da und kommt da auch nicht vergessen oder wäre nice wie ihr es machen wollt und wenn ihr keine machtverschleidung verpasst mal drückt dann auf die glocke dann bekommt ihr immer eine benachrichtung wann ich ein biet ob ich gerade ein video hochgeladen habe und welches ls cc live stream vielleicht haut rein chill mit öl sag ich mal schönen tag noch auch wenn ihr euch so sieht auch was er toll ist ja ja wenn ihr euch so sieht schön ciao Oh, okay, I'm gonna do some more time.